Amphetamine wirken neurotoxisch, das heißt sie schädigen die Nerven. Das Gedächtnis, die Impulskontrolle und andere Hirnleistungen, wie zum Beispiel die Aufmerksamkeit, können betroffen sein. Game, oh, fuck you! Bin ich ständig in letzter Zeit, weil I get it, it is alright. Will die Welt nicht verbessern, seit der Dark Edition Einhänger. Kämpf jeden Tag mit mir selber, doch lass mich auf einen Beat und mich flexern. Ich bin gut in was ich tu, doch ist das was ich tu genug. Ich bin gut in was ich tu, doch ist das was ich tu auch klug. Ich bin gut in was ich tu, doch was ich tu ist nie genug. Ich bin gut in was ich tu, doch was ich tu, tut mir nicht gut. Ich seh die Shadows, dancin' in der Moonlight. Wanna let go, drop a dose tonight. Ecstasy. But I don't fuck with this anymore. Yep, at least for now. Und auch wenn mich dieses Leben büms, lieber Blatt als Kodi Essence auf mein Angel Wings. Feelings. Back in the day I used to cut my arms, Aber heute Katniss, don't not beat your soul mind fast. And I die, in my mind, once a day. And I lie, my mind high, so I don't look great. Fuck heaven. And I die, in my mind, once a day. And I lie, my mind high, so I don't look great. I lie, my mind high, so I don't look great. I don't know. I imagine how much easier the world would be if we, everyone just communicated so honestly. Untertitelung. BR 2018